Da steht Salata Mr. World, Move it World, Wogli oder so was. Was steht da? Ja, keine Ahnung. Wogli? Ja. Wie Wogli. Ja, keine Ahnung, was der Wichser will. Was ist denn Wogli? Wey! Wunderschönen guten Tag zu Minecraft. Scheiße. Party muss show. Warum nimmt der Wichser jetzt nicht auf? Oh, und er hat schon wieder Probleme. Ich bin Salata Mr. Ich bin der Wichser. Korrekt. Und ich brauche ganz viel geilen roten Stein. Oh, da kann ich direkt noch ein bisschen Level einsacken. Ist doch 7, Junge. Ah, hier ist ja noch nicht so viel fertig. Play drücken wäre auch nicht übel. Was machst du da schon wieder? 7 drücken für die Aufnahme. Aber irgendwie auch. Bam 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 bam. Was machst du da? 7 drücken. 8 drücken. Ach egal. Ich glaube die Taste ist kaputt. Toll. Tauschen wir mal einfach. Nehmt mal die 8. Wie viele Stacks haben wir? So. Geht auch nicht. Dann werde ich erstmal den roten Stein. Wie mache ich das denn? Mache ich das so oder so? Wenn ich das so mache, dann brauche ich noch vielleicht, na dann könnte das fast reichen. Ohhhh. Nimm doch auf du Huren! Waffe du! Nicht? Nicht lustig? Ne. Ne. Morgen kriege ich die Tasse. Was? Morgen kriege ich die Tasse. Was? Morgen kriege ich die Tasse. Morgen kriege ich die Tasse. Boah, ich hör dich fast gar nicht, Alter. Irgendwann mit morgen. Morgen. Hebst du noch? Ja. Ja ich hab dir gleich gesagt, du sollst keine general überholte G19 bekaufen. Ne, das liegt nicht an dem Punkt. An der Passatur. Das lag gerade auf Raps. La 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 la. Wollen wir das jetzt doch noch einen Pizze? Wolltest du das nicht sowieso machen? Ja. So, mach ich das jetzt in Rotung oder in weißem Stein? Ich hab eigentlich noch nicht so viel Roten Stein bis jetzt benutzt. Weil das gerade so schön ruckelt. Hä? Mach ich das mit Roten Stein. Nur weil's ruckelt. Was soll ich dazu sagen Junge ich bin jung und geil und super cool ich enthalte mich kein kommentar den pc werde ich mir definitiv nach meinem führerschein kaufen ja besser ist besser rum ja weil du nicht meinen lappen machen soll es heute richtig auf kacke ja klar du willst ja dann habe ich erstmal ruhe für ein paar jahre ja du wirst sehen wenn du deinen lappen hast und ein auto dann hast du da keine kohle mehr für stimmt weil dann kommt erstmal sportfahrwerk und so was alles werden wir dann sehen als arbeitsloser ist hat hat doch nichts auf meinem leben rum du armee ja wenn dein leben war so scheiße jetzt kann ich auch nichts dafür dann wird schon wieder dunkel jetzt kannst du mich am arsch lecken jetzt bleib ich oben ich sehe das schon ich sehe das schon dass ich jetzt hier alles baue und dann spawnt jetzt ausgerechnet was wenn ich jetzt zombies spawnt oder so ist mir egal eigentlich aber jetzt spawnt garantiert gleich ein creeper könnte ich verwenden weil timo seinem glück immer aber ja könnte ich verwenden da haben die leute auch mal wieder mal zu lachen ihr habt ja auch nicht viel zu lachen im leben ich sowieso nicht so bedürftig ist und diese show guckt der hat nicht viel zu lachen im leben entschuldigung aber ja ob doch unsere fans nicht was für fans denn da guckt doch keiner hallo batik hallo ralf statt warte ich hab nachricht wir tun ja immer so als wenn halt viele leute gucken aber das ja leider nicht so wir glauben versetzt doch angeblich berge was ist los So dann werde ich hier nämlich gleich auch Glowstones reinknallen. Boah Junge, warum hast du nicht aufgenommen, Alter? Boah, das ist gerade echt laggy. Aber wirklich mal richtig krass laggy. Boah, ich habe gerade voll auf meine Tastatur geschlagen. Schön, da freut sich die Tastatur bestimmt ganz doll. Der hat mich aufgeregt. Der hat mich aufgenommen. Ja, das ist jetzt zwar glaube ich nicht wirklich symmetrisch. Wird eine scheiß Aufnahme. Aber egal, jetzt ist die Brücke schon mal hell. Ich hoffe die Aufnahme nennt sie jetzt nicht schon wieder, Luki tickt aus. Nein, die nennt sich Lukas ist behindert. So wie jede Aufnahme. Da bin ich zufrieden. Wie viel Glowstones hatte ich denn noch? Nicht mehr viel, mein ich. Oh fuck Alter, ist ja fast gar nix. Sag ich doch. Scheiße. Das ist ja kacke. Ja, kacke verdammte. Scheiße ne. Weißt du was ich dazu sag? Das ist aber mies du. Äh. Ja, 31 Glowstones. Da komme ich nicht weit mit. Viel Spaß in der Hölle. Ja, dann muss ich mal wieder in die Hölle. So. Aber dann empfehle ich dir besser, obwohl sich das jetzt scheiße anhört in der Aufnahme sowas zu sagen. So empfehle ich dir besser offline zu machen. Weil ich weiß nicht ob der Server da mitmacht auf dem PC. Ja, warum nicht? Der hat nur 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Hm. Kannst versuchen, ich hab ja nix dagegen ne. Wie mach ich denn das jetzt hier? Mach ich das so? Frag doch den Affe. Ich glaub so mach ich das. Da muss nur der Gang erleuchtet sein, weil in den Boxen kann ich noch irgendwie anders Fackeln setzen oder so. Oder schöne Laternen. 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 Sonnen, Mond und Sterne. Ich kann ja auch Laternen an der Decke liegen. Das geht ja auch. Das ist auch geil. Laternen. Laternen. Sonnen, Mond und Sterne. Bringen die Glowstones eigentlich vom Radius mehr Licht als der Fackel? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hab ich das so im Gefühl? Ne, das weiß ich jetzt echt nicht, Timo. Ne, ich auch nicht. Aber das sieht... Also ich... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh ne, jetzt regnet das auch noch, ey. Laternen. 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 Sonnen, Mond und Sterne. Ja, ich glaub so. Jetzt kann hier erstmal glaub ich nix spawnen. Und wenn ich da... Und hier drauf kann ja auch kein... Also eigentlich kann jetzt hier nix mehr passieren. Weil theoretisch kann jetzt hier nix mehr spawnen und... Hier hinten laufen kann auch nix. Du sagst theoretisch und praktisch. Ja... Weiß ich noch nicht. So... Leute. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich weitermach. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne... Doch, ich hab kein Holz mehr. Wolle ein Ziegel kaufen? Wolle ein alte... Gar... Gar nicht laggy gerade. Wolle ein verklapperte alte Ziegel kaufen? Verklapperte alte Ziege? Ja. Wie hoch? Was meinst du, wie hoch soll das werden? Vier? Stahl, vier hoch, ne? Ja. Machen wir mal einfach reguläre Höhe. Eins... Zwei... Drei... Vier... Du weißt, dass ich nicht zählen kann, ne? Ähm... Jetzt weiß ich nicht, ob ich dann... Soll ich hier ne Decke reinziehen? Weiß vier? Ach, ich hab doch noch Holz, ich Idiot. So... Ah, ist aber dunkleres. Egal. Ich weiß jetzt nicht, ähm... Soll ich hier ne Decke reinziehen oder soll ich das... Ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst ne Decke reinziehen. Meinst du, bei den Schoko wo? Ja, ob ich da ne Decke reinmachen soll. Oder ob ich das halt auch offen lasse, so wie im Lager. Ich könnte ja da drüber auch noch was machen, theoretisch. Aber was? Ich könnte auch ein Flachdach machen mit Landebahn. Könnte man auch. Du weißt, was du auch machen könntest? Weiß nicht. Flachdach mit Landebahn. Ja, das könnte ich nicht, wa? Wie bist du bloß auf so ne brillante Idee gekommen? Äh! Was ist denn jetzt hier mit Fenstern? Fenster müssen auch nicht rein. Das bietet sich ja an, dass man das so macht. Boah, was ist das am Ruckeln grade? Krass. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, ob das am Ruckeln ist. Bei mir läuft alles flüssig. Nee, bei mir ist das so sehr krass am Ruckeln, ey. Soll ich mal gucken, ob der jetzt ein Warning ausgesprochen hat? Kannste machen, aber... Vielleicht liegt er an mir, aber warum soll er an mir liegen? Ja, das liegt immer an dir, wenn der Server abschmiert. Gar nicht wahr. Der lügt. Boah, heftig, Alter. Was ist das denn? Boah, seht ihr das, wie leggy das ist? Das ist zurzeit nicht mehr normal, ey. Voll krass, Leggy. Scheiße. Ja, du hast recht, es liegt an dir. Ja, aber... Was? Am Server auch, ne? Was? Da steht Salatamista World... Move it World Wogli oder irgendwie sowas. Was steht da? Ja, keine Ahnung. Wogli? Ja. Wie Wogli? Ja, keine Ahnung, was der Wichser will. Was ist denn Wogli? Weiß ich doch nicht. Ich kenn nur Mowgli. Mowgli. Ja, den kenn ich auch. Das ist mein Papa. Mowgli ist dein Papa. Ja. Oh, interessant. Dann wundert mich nichts mehr. Ja, mir auch nicht mehr. Dann sind wir uns ja einig. Boah ey, so kannst du doch nicht zocken, ehrlich. Vielleicht liegt das auch gerade bei mir am Regen, aber... Ey, das kann aber nicht... Das kann nicht an meinem Rechner liegen. Am Regen könnte das aber nicht. Ja, aber warum verarbeitet... Dann müsste das ja bei dir auch so sein. Nö. Dann liegt das halt am Server. Weil denk... Hallo, wann komm ich mir nicht vorbei? Ja, dann liegt das am Server, aber nicht an mir. Aber da steht dein Nickname davor. Ja, aber was soll denn bei mir, warum soll ich das... Warum? Nee. Nee. Doch, weil du nicht in dem Netzwerk drin bist, wo ich jetzt drin bin. Ja, dann liegt das doch nicht an mir. Dann liegt das ja an dem Netzwerk. Nee, liegt an dir. Nee. Ich schieb immer alles auf dich. Ja, das weiß ich, aber nee. Boah, das ist wirklich... Ey, so kannst du nicht bauen hier. Gott, mach mal bitte, dass den Regen aufhört. Mach mal bitte, dass den Regen aufhört. Nee, dann schieb mal dich jetzt nicht. Du bist ja auch nicht Gott, du Affe. Du bist ja auch nicht Gott, du Affe. Ah, du hattest mich wieder bei hell. Ja, war das was? Nicht dich an dir. Gott, mach mal bitte, dass der Regen aufhört. Und er sagt, nein, in Cheap Mode gehe ich nicht. Ich weiß sogar nicht, ob ich das überhaupt so blasse, wie ich das jetzt gerade mache. So, eigentlich ist das ja nicht übel. Oh, scheiße. Ich muss auch nach weißen Steinen brennen. Fällt mir gerade auf. Hab ich auch nicht immer. Fuck, ey. Fällt mir alles hinterher ein. Was geht? Ich weiß nicht, Gott guck. American Dragon. Ich hab keine weißen Steine mehr. American Dragon. Was ist denn American Dragon? Ach, Kindersendungen. American Dragon. Hier ist ein Zombo. Zombo. Ja. Ein Zombo was geht. Boah, im Headshot. Ein Schlag tot. Boah, was ist das Leggy, ey. Ich kotze gleich, ehrlich. Vorhin war das so schön, ne. Die erste, wo war auch noch... Jetzt im Cheap Mode und da meint ein Regen aus. Keine Ahnung, ob das da ran liegt, ey. Das ist so krass Leggy. Das heißt, Hauptsache ich hab hier eine Million Steine. Und, äh... Nix, nix davon. Besser jetzt. Ja, jetzt, ja. Jetzt bin ich ja sowieso drin. Hier drin ist ja seltsamerweise meistens gut. Oh, ich hab ein bisschen vergessen abzubauen. Ich glaub ich muss auch bereit mal wieder Kohle suchen. Obwohl, ne, ich such keine Kohle. Ich mach dann auch wieder Holzkohle, glaub ich. Ja, so ist einfach so. American Dragon. Kenn ich echt nicht. Du bist ja auch hängen geblieben. Ich bin einfach nur zu alt. Ja, das stimmt. Was ist eigentlich hier mit dem Rohr sogar? Ja, lass doch stehen. Der stört mein schönes Bild. Hier ist nicht mehr viel drin. Was sagt die Time? 15 Minuten, glaub ich. Dann machen wir mal Cut. Ja, Moment. Ich muss jetzt mal eben hier noch die Öfen stopfen. Okay. Brauchen wir eigentlich noch Stein? Äh, ich hab genug, glaub ich. Okay. Dann machen wir da nämlich auch mal eben direkt hier Brick raus, weil das werde ich sowieso nicht anders benutzen. Bin mir ziemlich sicher. Und bevor ich das wieder irgendwo place und dann abbaue und dann ist das wieder roter Kabel oder wie das dann sich schimpft. Mach ich das lieber so. Hä? Jeff? Was hat das denn jetzt? Oh oh. Hä? Hä? So, das lassen wir hier mal grillen. Ich geh nach oben, pack die Scheiße weg und dann machen wir einen Cut. Ah, Dias! Gold! Boah, ist das laggy, Alter. Heftig. Wie war das aber schon lange nicht mehr? Vielleicht war das jetzt meine Schuld. Wieso? pakai- Всё. Du hast nichts mitgekriegt damit zufrieden. Have du das denn gemacht? Bisschen Bum gemacht. Aح.. .. Expl psychologist rumspringen. Na ja gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Zuschauen und